. Ups. Also was viel schon Strafe gezahlt hat. Wahnsinn. . Ah, oh nee. Zurücksetzen. Ups. Wieder ein Schild weniger. So, dann fahr ich da mal ums Eck. Und da scheint ein Händler zu sein, oder? Ja, wir haben ein Händler entdeckt. Was gibt's hier Schönes? Ich erkenne es jetzt gar nicht genau. Was für ein Ding? Scania. Ja, dann werden wir auf dem Hof mal umdrehen. Und wir werden unsere Tour fortsetzen. Und wir werden dann irgendwann einen Angebotsvergleich machen. Gut. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt weiter. Das ist ja ganz nett, das ist ja. Was? 30? Dein Ernst? Togam da hinten 30 dahin Das sieht jetzt bestimmt gut aus Hopp, 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 hopp Also irgendwie mag ich die Kamera Sieht echt gut aus Jetzt fahren wir mal hier ein bisschen schneller Sonst schlafe ich ja hier ein Und das will ich nicht Ich will die Tour heute noch zu Ende fahren Eigentlich So, jetzt sind wir wieder raus aus Milano Aber wir dürfen trotzdem 150 fahren Das ist erstmal saurein Da muss man geradeaus Und dann geht's wieder auf Rauf auf die Autobahn Kommt was? Ne Also mit der Maus kann man sich richtig schön umgucken Ist doch ein bisschen besser als mit dem Controller Auf jeden Fall Bisschen flexibler Aber ich glaube das habe ich bereits erwähnt Ich glaube das ist Da kommt hier schon wieder so eine Moldstelle. Vielleicht kriegt die Krise. Also ich finde Moldstelle doof. Voll unnötig. Da, ein Zug. Und was für ein schnelles Teil. Ja, Wahnsinn. Weg ist er. Sind das Hochgeschwindigkeitszüge oder was? Das ist ja echt schnell weg gewesen. So schnell sind wir nicht. Nein. Leider. So, wir haben noch 300km vor uns. Ist ja gar nicht mehr so weit. Das war ein Scherz. So, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Auch das noch. Entschuldigung. Jaaa. Und ich habe jetzt noch eine Schwäche entdeckt. von meiner Kraka. So wie das aussieht. Regen. Das mag es auch nicht. Das ist ja doof. Obwohl sieht man es nachher nicht so doll. Jaaa. Es wäre nämlich blöd, wenn ich die Aufnahme nochmal machen muss. Ich denke, es müsste schon gehen. Aber hört sich sehr realistisch an. Und blitzen tut es auch noch. Und blitzen tut es auch noch. Und ich höre gerade. Wir werden müde. Wir werden müde. Jaaa. Dann sollten wir schnell einen Parkplatz finden. Ohhhh. Was macht hier los? Jaaa. 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 So, ja, gucken wir mal. Wann kommt der nächste Parkplatz? Ja, ich weiß. Ich glaub das dauert noch ein bisschen. Oh nein. Sobald ich das gesehen hab, hab ich gar nichts gesehen. So, das Battle ist schon rot. Das heißt, wir sind sehr müde. So, da vorne würde eine Abfahrt kommen. Hm, was machen wir? Ich glaub da fahren wir auch. Ich glaub mehr kommt da nicht. Wir müssen da anhalten. Darf es nach Bologna gehen? Normalerweise würde die nächste erst kommen. Wir haben ein Kreuz. Aber ich glaub so weit schaffen wir das nicht mehr. Ne, so weit packen wir das nicht mehr. Das ist ja noch bis da unten. Obwohl da kommt die Grenze. Das ist ja schon fast unser Ziel. Ne, wir machen hier Pause. Hilft alles nichts. Sonst bauen wir vielleicht noch einen Unfall oder so. Das ist schon ein bisschen blöd. Ein bisschen Gas geben. Das ist schon gut. Also, das ist noch nicht so, wie wir kommen. Ich bin deiner Arzt. Ich bin zu mir. Ich bin dringend. Bleib mal ganz ruhig, Kumpel. So, erstmal schlafen, und dann geht's wieder in der Nacht weiter. So, auf der Karte haben wir gesehen, so weit ist es gar nicht mehr. Oh, gut, läuft Navi sonst noch 190 Kilometer. Vielleicht noch kleine Stückchen, ne? Das sieht richtig geil aus da hinten. So, nübsch. 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 So, nübsch.